Ich überlasse dem Zufall, was mein nächstes Hekelprojekt wird. Was wird ein Hekel? Pullover. Welche erste Farbe? Rosa. Zweite Farbe? Grün? Rosa und Grün? Von der Farbcombo her habe ich nur noch das übrig. Ich habe direkt mit dem Kragen vom Pullover angefangen. Oh, not gonna lie, es sieht so aus, als hätte ich eine Fleischwurst um meinen Hals. Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich habe einfach weitergemacht. In dem Videoclips sind mittlerweile schon neun Stunden vergangen. Gegen 21 Uhr habe ich aufgehört und habe am nächsten Tag weitergemacht und habe währenddessen den Zellermund geschaut. Nach 17 Stunden habe ich es endlich geschafft. Es ist ein lässiger Pullover, den man immer anziehen kann. Ja, findet eh ihn.